Lüse jetzt, hab ich gedacht, du musst gegen hier keiner holen reden. Greif oben drüber! Lass den Arm da nicht zugreifen. Aufrechter, aufrechter! Andi, versuch Grundsätze zu laufen. Aufrechter, greif mal unten rum. Oder im Revers. Jetzt komm! Du hast den Arm. Du hast den Arm kontrolliert, die Schulter. Auf geht's! Komm, Markus! Komm, Markus! Komm, komm, Markus! Komm, komm, Markus! Geht den Hebel, den anderen an den anderen! Ah, das weiß ich nicht! Kein Selbstreiter. Na, jetzt gehabt, ne! Super! Dreh! Bleib, bleib, bleib! Bleib, bleib! Beide, bleib, bleib! Lass ihn auf, ja, lass ihn jetzt! Hopp! Klaus! Hopp! Aufrechter! Oh, ich bin wirklich klar. Ich bin Markus. Achso! Achso! Aufrechter! Aush, hey! Danke! Ani, ich... Achso! Lass ihn nicht da oben greifen oder greifen es zu gerne. Halt ihn weg. Ja, genau. Drinbleiben. Zieh am Arm! Zieh am Arm! Jawohl! Ja!